Wie ist die Autorenbelegexemplare für die Kritik der vernetzten Vernunft? Wie ist die Autorenbelegexemplare für die Kritik der vernetzten Vernunft? Und deshalb will ich eigentlich nur anregen, da mal reinzuschauen, denn auch wenn es vier Jahre alt ist und auch wenn der Titel Kritik der vernetzten Vernunft ein bisschen so klingt, als ob der sich nur auf die aktuellen Trends bezieht, ist das Buch an sich immer noch aktuell. Ich würde sicherlich heute einiges anders schreiben und ich glaube auch, dass im Laufe dieser Vorstellung von verschiedenen Ideen aus der Kritik der vernetzten Vernunft ich vielleicht hier und da auch ein paar kritische Bemerkungen zu dieser Kritik machen wäre, weil einige Gedanken sich natürlich weiterentwickelt haben, aber wie das immer mit der Philosophie ist, soll ja eine Lektüre eines philosophischen Werks zum Selbstphilosophieren anregen Und das will ich sowohl mit dem Buch von Anfang an erreichen, als auch mit der Neuvorstellung sozusagen gewisser Ideen aus diesem Buch. Und damit geht es heute los. Und ich beginne in dem Buch einfach mal mit einem ganz einfachen Fall. Ich habe das Buch größtenteils im Zug geschrieben und deshalb handeln auch viele Beispiele von dem, was man im Zug so erleben kann. Und es beginnt mit einer ganz einfachen Sache. Ich will ja rauskriegen, was Wissen eigentlich heißt und wie wir dazu kommen, irgendetwas als Wissen zu bezeichnen und warum manche andere das akzeptieren, dass wir einen Satz als unser Wissen ausgeben und andere das vielleicht nicht akzeptieren können. Und ich fange also mit einem ganz einfachen Satz an, der zum Beispiel heißt, das Akku meines Smartphones wird morgen spätestens leer sein. Und da ist ja die Frage, das ist eine Aussage über die Zukunft, das kann eintreffen oder nicht und trotzdem werden wir aus irgendeinem Grunde dem zustimmen und sagen, ja, wenn du sagst, du weißt das, dann wirst du da deinen Grund für haben. Und solche Dinge sind natürlich aus Erfahrung geprägt und daraus geprägt, dass wir irgendwie das Verhalten der Technik einschätzen können. Das hat einmal damit zu tun, dass wir eine gewisse Vorstellung davon haben, wie Technik funktioniert, dass wir bestimmte Grundannahmen haben, dass zum Beispiel so ein Akku, wenn das Smartphone angeschaltet ist, eben weil es arbeitet, sich entleeren muss, weil sozusagen Energie verbraucht wird. Da haben wir irgendwann mal was in der Schule drüber gelernt. Da ergibt sich ein kleiner Baustein dieses Satzes, dieses Wissensatzes. Wir haben aber auch Erfahrung mit unserem Smartphone, denn wir wissen natürlich, dass manche Geräte länger mit ihrer Energie auskommen und manche nicht so lange. Also, das Ganze verknüpft sich zu einem Wissensnetz, welches letztendlich dazu führt, dass jemand, der weiß, was ein Smartphone und ein Akku ist, demgegenüber bräuchte ich diese Überzeugung kaum zu rechtfertigen. Es kann natürlich auch sein, dass andere Leute das nicht glauben, aber die werden den Satz auch gar nicht verstehen. Etwas komplizierter ist es, wenn ich sage, dieser Zug fährt nach München. Die Bedeutung des Satzes ist gar nicht ganz klar. Ich könnte sagen, ich will damit sagen, dass dieser Zug sozusagen dafür da ist, nach München zu fahren. Es steht im Fahrplan, der Zug kommt auf den Bahnsteig an und ich schaue, was steht denn da an der Anzeige. Da steht München dran und dann sage ich, dieser Zug fährt nach München. Das heißt, ich sage eigentlich, der ist gerade dabei, nach München zu fahren. Er ist sozusagen dafür da, nach München zu fahren. Woher weiß ich das dann? Wiederum gibt es bestimmte Erfahrungen, auf die ich mich verlassen kann, indem ich zum Beispiel darauf verweise, dass nun mal Fahrpläne dafür gemacht werden, die mir solche Aussagen ermöglichen, dass Anzeigen an der Anzeigetafel stehen. Da sagt mir meine Erfahrung, dass das richtig ist, aber es kann auch sein, dass ich gar keine Erfahrung habe. Wenn ich zum Beispiel auf den Flughafen komme das erste Mal und bin noch nie geflogen, dann werde ich trotzdem den Anzeigetafeln vertrauen, weil ich andere Erfahrungen habe oder auch, weil ich einfach weiß, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, unsere Gemeinschaft funktioniert so. Der Satz, dieser Zug fährt nach München, kann natürlich tatsächlich auch eine Prognose sein. Das heißt, ich kann überzeugt sein, dass die Technik auch funktionieren wird, dass der da auch ankommen wird. Damit ist es natürlich schon wieder schwieriger, weil wir wissen, manchmal bleiben Züge auf der Strecke einfach liegen, fahren nicht weiter, kommen verspätet an, werden aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu viel Verspätung haben. Das heißt also, in diesem Sinne wäre dann der Satz, gar keine Aussage über mein Wissen, sondern eine Vermutung über das, was wohl in der Zukunft geschehen wird. Das Spannende ist, wenn ich Aussagen mache über Dinge, die gerade passieren, dann sage ich das häufig darüber, dass ich darüber was sage, was das Ziel, der Zweck der ganzen Sache ist. Dieser Zug soll nach München fahren, müsste ich eigentlich genauer genommen sagen. Das würde aber für die meisten wiederum neue Verwirrungen mit sich bringen, weil man sagt, wer schreibt das denn vor? Das ist ja so etwas wie so eine normative Geschichte, als ob ich dem Zug sagen könnte, wo er hinfahren soll. Also, ich sage, der Zug ist dafür da. Er hat den Zweck, nach München zu fahren. Das ist dann eine Wissensaussage, die sich eben aus meinen gesellschaftlichen Erfahrungen ergibt, die sich aus den Informationen ergibt, die ich gerade aus meiner Umwelt entnehme. Dieser Zug wird auch in München ankommen. Er fährt nach München als Aussage über das, was in Zukunft passieren wird. Da ist es schon schwieriger. Auch da werden die meisten sagen, das funktioniert halbwegs. Aber wer weiß schon, ob der Zug wirklich jemals in München ankommt. Oder ob du vielleicht umsteigen musst, weil der Zug inzwischen kaputt geht. Das passiert ja auch immer mal wieder. Was man daran aber sieht, ist, dass unser Wissen, das, was wir als Wissen bezeichnen, eigentlich ein Netz ist. Ein Netz aus ganz unterschiedlichen Bausteinen. Auf der einen Seite Dinge, die wir mal in der Schule gelernt haben, über zum Beispiel physikalische Zusammenhänge, über bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten. Auf der anderen Seite Dinge, die sich irgendwie auf ganz merkwürdige Weise aus unserer Erfahrung ergeben, die wir insgesamt in der Gesellschaft gemacht haben. Da bildet sich sozusagen in meinem Geist ein gewisses Fundament von Erfahrungen, aus denen ich plötzlich ganz neue Aussagen generieren kann. Zum Beispiel, wenn man mir erklärt, das sind Züge und ich bin noch nie mit dem Zug gefahren, aber aus anderen Erfahrungen, aus anderen, aus zum Beispiel Erfahrungen mit Bussen, mit Flugzeugen und Ähnlichem, weiß ich, wenn es da einen gewissen Fahrplan gibt, wenn es eine gewisse Planung gibt, wenn da eine Behörde oder ein Unternehmen für zuständig ist, das dafür sorgt, dass bestimmte Dinge passieren, dann kann ich das auch übertragen auf völlig andere Fälle. Und meine aktuellen Wahrnehmungen, da steht dran, München, 19.25 Uhr, da sind andere Leute, die kann ich fragen, die sagen, der Zug fährt nach München. Da ist der konkrete Fahrplan, auf dem das dran steht. Da kommt der Zugbegleiter raus und sagt, ja, das ist der Zug nach München. Das sind ganz konkrete Wahrnehmungen. Und aus so einem Netzwerk von Überzeugungen und Wahrnehmungen generiert sich mein Wissen. Und damit geht es los in diesem Buch. Ich hoffe, es hat vielleicht auch ein bisschen neugierig gemacht. Wie gesagt, kann man immer noch kaufen. Man kann aber auch auf die nächste Folge warten, in der ich wieder ein bisschen was über das Buch erzähle. Es passieren ganz spannende Sachen. Zum Beispiel gibt es einen Abschnitt über das Begreifen, das Greifen nach der Wirklichkeit. Ich unterscheide Wildnis, Natur, Kultur und Künstlichkeit. Ich unterscheide Welt, Wirklichkeit und Realität. All solche Dinge. Auch ein bisschen das Nachspüren nach Begriffen. Was steckt da eigentlich drin? Warum macht es Sinn, so etwas zu unterscheiden? Um all diese Dinge geht es in diesem Buch. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich angeregt fühlt, darüber zu lesen. Ich würde mich auch freuen, wenn man sich dazu angeregt fühlt, meinem Kanal weiter zu folgen und sich darauf zu freuen, dass es mal wieder um etwas Neues aus diesem Buch geht. Bis dahin. Ich würde mich auch freuen,